Guten Tag meine lieben Zuschauer, heute geht es um folgende Themen, einmal um Minecraft, einmal um Minecraft-Serverwahrungskraft, um Star Wars und um weiterfolgende Projekte. Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten Punkt, mein Gott, es soll bald hier ein paar Pizzen rauskommen. Und darauf freuen sich natürlich wieder alle, genauso wie die 1.1.13, dort sollen ganz viele neue Sachen rauskommen, zum Beispiel Nashwörner und Bamboos und Panda-Win, gucke ich Ihnen, hast du in der Agesagt. Und jetzt geht es zum zweiten Thema, Warux-Kreven. Der Server Warux-Kreven hat zur Zeit einen Benzkalender, den ich euch im Vorstellung für die Ausstellung gezeigt habe, und vier Spielmodi. Und ja, wenn ihr das genau wisst, wollt, dann müsst ihr von uns vorstellen, wie ihr euch kommt. Und dann geht es direkt weiter zusammen, nächstes Thema, Star Wars. Star Wars hat ankündigt, bald Episode 9 rauszubringen, und das hat nicht so viele Leute gehalten, genauso wie einige Star Wars-Stories. Aber mal gucken, was das daraus so wird. Und wir freuen uns ja auch immer, wenn die alten Star Wars-Filme im Fernsehen laufen. Vor allem das Beste ist, hashtag the Clone Wars sale. Save, eh. Ja. Vor allem das. Weil. Clone Wars ist hier eine meiner Club-Series, das von Star Wars unter anderem und von vielen anderen. Und deswegen ist es auch so geil. So. Jetzt zum letzten Thema. Es kommt vielleicht Retro-Projekte und, ähm, Lemon-Projekte. und ist auch mehr Star Wars Videos gekommen am Kanal, deswegen habe ich die ja auch eigentlich gefunden, als Star Wars Video Video und so weiter und so fort, vielleicht machen wir mehr Projekten nochmal, zum Beispiel Spielen vor irgendwelchen Servern und dann war es auch für diese News Folge, wenn euch diese News Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo und so weiter und so fort, ich habe jetzt keine Bock, das ganz gut zu sagen.